hallo youtube hallo zocker hallo wie sind freunde herzlich willkommen zurück hier bei nickfreitzockt another brick in the mall wir sind wieder hier bei unserem einkaufszentrum und hier unten wollten wir noch ein bisschen erweitern bauen machen und tun und da wurde ich das letzte mal irgendwie rausgerissen und dann kamen wir nicht mehr großartig dazu machen wir hier noch stuffparking hin mich hat jemand darauf aufmerksam gemacht dass ich doch ein bisschen wenig stuffparking hätte und ja da werden wir einfach noch mal gegen an arbeiten bin ich mal gespannt ob das ganze funktioniert also ich finde ob zehn parkplätze hier unten sind doch eigentlich schon ganz ordentlich warum macht er jetzt hier den parkplatz andersrum ist doch totale ja dem move roadwork datia muss wieder weg so dann können wir hier und hier noch stuffparking machen so was brauchen wir sonst noch ich glaube wir brauchen noch ein bisschen inneneinrichtung dann wir fangen mal an mit checkout-countern äh oh gott wie hat man die noch mal gedreht äh so nicht ah ok gut so ähm dann würde ich sagen machen wir mal hier eine kasse das ist falsch ach man 2 1 2 3 1 2 3 so machen wir hier mal vier kassen hin und ich würde sagen wir machen hier unten so eine art elektromarkt ich weiß nicht es ist irgendwie ist ein bisschen seltsam was ich hier gebaut habe wenn ich mir das so angucke ähm ich blick's gerade selbst nicht was ich hier genauso äh also was ich hier gebaut habe blick ich gerade selbst nicht so wir machen hier mal eine wand rein ich habe irgendwie vergessen das lager rein zu planen habe ich so das gefühl so machen wir hier mal mittig eine tür machen wir hier am rande eine tür machen wir hier am rande eine tür so wie mache ich das am geschicktesten wir machen hier mal paletten aufbau hin wieso kann ich hier nicht bauen wieso kann ich hier nicht bauen macht ja nix so ähm wir brauchen mal einen storage dass da schon mal ware angeliefert werden kann und dann brauchen wir hier einen store den wir aber im store erstmal komplett schließen weil wir dafür am anfang noch kein personal haben werden so dann gucken wir mal was wir da drauf stellen ich würde sagen machen wir hier mal washing machines dann machen wir hier drying machines dann machen wir hier dishwashers dann machen wir hier den fridge für groß großes gerät so dann brauchen wir mal so ein paar tische da bin ich gerade noch haben wir legen kriegen wir hier noch einen hin ne da baut er nicht ja er lasst hier hinten schön frei damit man sachen auch aufs band legen kann bin mal gespannt wann kommt denn hier mal einer der die aufbaut gar nicht mehr wahrscheinlich ja hier ist jetzt überall ähm mitarbeiter parking und hier oben ist customer parking und hier geht es dann rein und hier haben wir auch noch eine tür dass die mitarbeiter hier seitlich auch noch rein können die von hier unten die gehen hier durch rein das passt dann schon oh was haben wir denn hier noch fertig ähm restaurants sind fertig sehr gut dann kommen wir jetzt zum bowling äh so da stehen sie dann machen wir hier auch mal neue geräte rein so machen wir erstmal hier hm laptop computer äh was haben wir noch in dem bereich game konsolen tablets das sind alles computer irgendwie machen wir hinten smartphones so machen wir hier noch schnell ein paar tische hin so smartphones haben wir schon dann würde ich sagen machen wir hier nebendran ähm mp3 player hier vorne dran ein paar kameras und hier vorne dran ist tv set und weil tv set naja tv set ist halt immer irgendwie nur 1,2 fernseher glaube ich machen wir da noch einen zweiten tisch hin so dann brauchen wir noch ein regal wenn ich sagen stellen wir die hier noch hin warum wird hier keine ware angeliefert und kein regal aufgefüllt verstehe ich jetzt nicht ganz so was haben wir denn hier dann würde ich sagen fangen wir von hinten an mit büchern äh dvds musik cds und videogames ich bin jetzt gerade nicht sicher ob wir jetzt alles haben sieht eigentlich recht gut aus sieht eigentlich recht gut aus ja was ich nicht verstehe ist wir haben hier ähm eigentlich müssten wir hier langsam mal äh irgendwie leute kriegen wir fangen mal klein an um erst mal zu gucken ob die überhaupt mitmischen hier ob überhaupt irgendwas geht weil momentan kommt nix ins lager und das verwundert mich stark es könnte natürlich sein dass das damit zusammenhängt dass wir hier hinten raus noch ein stuffdor brauchen so aber auch schon mit der 6 Uhr morgens ja ich verstehe es nicht ganz also hier oben haben wir ein lager und hier unten sollten wir eigentlich auch ein lager haben so das hier ist ein store manage storage storage 4 da müsste mal irgendeiner kommen da müsste mal ware anliefern habe ich irgendwas verpasst habe ich irgendwas nicht nicht bedacht ach ich habe den storage nicht assigned mann fehler ohne ende so jetzt geht es los jetzt füllen sie natürlich auf ohne lager keine ware holt er immer von hinten weg oder wie jetzt ich habe gedacht er könnte auch von hier holen wenn er braucht dann holt er in zukunft immer von ganz hinten das ist natürlich nicht so das ware ja und jetzt geht er glaube ich heim der hört gar nicht auf aufzuräumen malerweise müsst ihr jetzt feierabend machen ja jetzt lässt das auch weil 18 uhr ne 9 bis 18 uhr ist er eigentlich nur da so holen wir uns noch einen stock clerk nehmen wir den hier und lassen den dann mal so um 17 uhr kommen holen wir uns noch einen stock clerk und lassen den mal um 1 0 kommen dann haben wir immer einen stock clerk da zum auffüllen holen wir uns noch einen cashier die frage ist nur wen und dann können wir die öffnungszeit schon mal bis 24 uhr machen holen wir jeden eine stunde vor und dann passt's guti dann dürft ihr jetzt gleich der markt aufmachen dann sollten die ersten mitarbeiter kommen stuck in traffic das hören wir nicht gerne so da kommen kunden wir kaufen mal schnell ne waschmaschine ich will jetzt gerade überlegen ob wir hier wieder das typische preisproblem haben ja haben wir super der setzt fleißig meine preise runter und da brauche ich mich nicht wundern dass unser umsatz nicht ganz so dolle läuft weil wir eigentlich normalerweise überall 200 prozent aufschlag haben sagen wir es einfach mal so hab ich doch glatt vergessen dass der mir je mehr ich davon aufbau er mir die preise schreddert so das ist auf 200 machen wir aber auch manual margin dass falls wir noch weitere regale aufbauen er uns eben nicht die preise senkt so wie er es jetzt hier schon wieder gemacht hat so wenn wir das hier alles gleich aufgebaut haben dann macht der laden schon mal kräftig gewinnen wir sehen es auch direkt hier dass wir hier direkt mal auf 25.000 hochgehen so und dann haben wir natürlich hier die dinger umsonst so wir gehen mal rein in remove objects und hauen hier die regale mal alle raus die leute die das wollen sollen gefälligst runter kommen zu uns in den anderen markt so passt das können wir hier oben noch rein tun bis wir soweit sind und ähm wir könnten hier noch ein regal rein machen baut meiner das regal eben wann noch jede menge leute da die kram abgerissen haben da muss auch irgendeiner da sein der hier was aufbauen kann da langweilen sie sich ob wo kommt das jetzt her so dann machen wir nämlich hier jewelry also ähm uhr und schmuck und kram dann würde ich sagen machen wir hier hier und hier noch ein regal hin gucken wir hier nochmal closing aha da hätten wir sogar sachen dann schuhe damenschuhe und bin gerade am gucken machen wir mal man underwear bauen wir hier hinten einfach noch ein regal dazwischen auch wenn es jetzt gerade mal nicht schön aussieht come on die lassen sich wieder feiern hier mit dem regal wenn ich dann wieder im moment nicht drauf gucken dann kommt einer macht schwupps baut das auf so machen wir hier noch womens underwear oder wie auch immer das ding da heißt so select ne manage manage store ach select ist richtig so manuel 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 ich alles umstellen und die preise kontrollieren dass er mir hier keinen krams macht den ich nicht will da ist das spiel nämlich bekannt für dass das die preise anpasst je mehr regale ich mache umso billiger wird und das sehe ich mal gar nicht ein warum soll ich auf profit verzichten wenn ich doch ja jeden cent brauche und außerdem dass die richtigen retailer mittlerweile genauso machen habt ihr das mitbekommen mit amazon und co also sind nicht nur unterschiedliche preise von welchem gerät aus ihr irgendwas kauft sondern ihr habt jetzt auch unterschiedliche preise von wo ihr aus etwas kauft und unterschiedliche preise für also was ihr denn genau kauft also ich finde das man kann es auch übertreiben ja ich fühle mich da überall gilt dort das gesetz der gleichberechtigung ja ganz deutschland ist eine gleichberechtigung mal kurz übertreiben ist mit der gleichberechtigung in meinen augen ein bisschen also ich meine wo ist die gleichberechtigung wenn man am schluss weniger zählt wie eine frau dann ist das ja eigentlich nur eine umkehrung der tatsachen und nicht eine gleichberechtigung in dem sinn also gleichberechtigt wer man und frau bewerben sich auf eine stelle der bessere gewinnt das ist gleichberechtigung so ist es aber nicht mehr unsere gleichberechtigung sieht jetzt so aus man und frau bewerben sich auf eine stelle kriegt die frau die stelle ja frauenquote wenn die noch zu erfüllen ist aber gut das ist wieder ein anderes thema ja aber wisst ihr da ist gleichberechtigung wird zu breit getreten und dann kommt da kommen da die einzelhändler her machen unterschiedliche preise für unterschiedliche kunden aus unterschiedlichen gebieten ist eigentlich keine gleichberechtigung oder müsste man eigentlich sagen du könnt ihr gerne machen aber dann ohne mich aber wir kriegen hier wieder jede menge kohle und wir haben wieder irgendwas researched und zwar die bowlingbahn genau cinema kommt jetzt als nächstes oh ich freue mich schon wenn wir hier das road network kriegen so das heißt wir haben hier jetzt einen elektromarkt würde ich aber sagen holen wir jetzt noch einen cashier den hier und machen doch glatt mal äh 24 stunden rund um die uhr den laden auf so dann holen wir uns noch drei cashier fängt eine um 0 uhr an eine um 8 uhr an und eine um 16 uhr an dann haben wir immer zwei cashierer vor ort und dann sollte das ganze doch langsam werden da bin ich mal gespannt wie das jetzt hier abgeht ähm es ist kein cashierer da Leute wir haben auf uns ist kein cashierer da das kann doch nicht wahr sein das finden die nicht lustig sag ich euch so jetzt sind cashierer da ja mit zwei cashierern läuft's bis jetzt ganz gut ich bin mal gespannt wenn der ansturm richtig kommt mit einem regalauffüller ist es hier ein bisschen bescheiden das lager ist einfach dämlich gebaut dafür der geht hier rein geht ganz nach hinten und geht dann wieder ganz nach vorne um hier regale aufzufüllen das kann nicht gut gehen das kann einfach nicht gut gehen so dann lassen wir den stock clark da kommen den holen wir hier rein und den glaube ich dann 16 uhr war's ne dann haben wir auch immer eigentlich müssten wir immer zwei stock clarks da haben wieso anderthalb verstehe ich nicht eigentlich sollten immer zwei stock clarks da sein die linie ist aber bei anderthalb gut lassen wir uns mal überraschen was denn hier jetzt schief läuft gucken wir einfach mal so ich hoffe dass das jetzt ein bisschen besser hinhaut das problem ist halt dass die immer hinten holen ja ich habe das lager anders bauen müssen ein bisschen höher und dafür kürzer damit das ja nicht so tappig läuft wie es jetzt hier läuft das ist nämlich nichts ja die großgeräte hier das ist ein echtes problem für uns weil wenn da einer was wegnimmt ist es weg und wenn hier einer was wegnimmt ist noch was im regal das ist der vorteil von diesen regalen da brauchst du nicht so viele leute die auffüllen aber bei den dingern hier da brauchst du halt massig leute die es auffüllen so wie schaut es hier oben aus der tag beginnt und ich bin jetzt mal gespannt was hier umsatztechnisch geht also in summe an diesem tag heute 34.000 ist irgendwie ein rekord 34.131 am gestrigen tag bin ich mal gespannt wie das heute läuft so mittags um 12 schon ordentlich dabei ja wir nehmen richtig gut geld ein das ist natürlich sehr sehr vorteilhaft aber es ist noch nicht so ganz das was ich gerne hätte ich brauche das lager anders es ist irgendwie ist es doof so wir bauen hier mal an und mal hier runter und dann gestalten wir das lager ein bisschen um so dann brauchen wir hier noch bild walls bauen wir hier nämlich wieder eine wand rein und dann machen wir hier stuff doors eins hier und eins hier und ja das soll es gewesen sein bauarbeiterproblem haben wir würde ich mal sagen na gut also wir verdienen ordentlich geld wir haben ordentlich schon ziele erreicht wenn der tag anfängt hier geht es direkt los mit plus 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 39.448 haben wir verdient am tag zuvor das ist eine ordentliche menge geld damit können wir kräftig ausbauen damit können wir gut was anfangen und ich würde sagen das machen wir der nächsten folge weiter ich bin hier erstmal raus ich sage danke fürs zuschauen wünsche euch noch viel spaß auf youtube noch viel spaß mit meinen anderen videos machts gut bis zum nächsten mal bye bye bis zum nächsten Mal